14.000 Mitarbeiter, 100 Kliniken und ein Name, Charité. Sie ist mehr als ein Krankenhaus. Sie zählt zu den berühmtesten Universitätskliniken der Welt. 2010 wird die Charité 300 Jahre alt. 1710. Gegründet wurde sie 1710 als Pesthaus vor den Toren der Stadt. Weil der Schwarze Tod nicht bis Berlin kam, wurde daraus ein Lazarett für Arme, Obdachlose und ledige Mütter. Damals bestimmte der König, es soll das Haus die Charité heißen. Charité, das bedeutet Barmherzigkeit. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich daraus das Weltzentrum der Medizin. Herausragende Persönlichkeiten wirkten hier, wie der Naturheilkundler Hufeland, der Augenarzt von Gräfe, Otto Häuptner, der Begründer der Kinderheilkunde, oder Rudolf Virchow, der Arztforscher und Sozialpolitiker zugleich war. Mehr als die Hälfte der deutschen Nobelpreisträger in Medizin und Physiologie hat die Berliner Medizin hervorgebracht. Doch auf die Glanzzeit der Charité folgte ihr Niedergang, als in der Zeit des Nationalsozialismus viele exzellente Wissenschaftler und Ärztinnen vertrieben wurden oder ihr Leben ließen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gelang es den Mitarbeitern, die Charité zum führenden Krankenhaus Osteuropas auszubauen, trotz knapper Ressourcen und internationaler Abgeschiedenheit. Nach der deutschen Einheit wurden alle medizinischen Institutionen der Humboldt und der Freien Universität unter dem Dach der Charité vereint. Verteilt auf vier Standorte ist sie heute Europas größtes Uniklinikum. An 103 Kliniken und Instituten wirken fast 4000 Ärzte und Wissenschaftler mit Spitzenqualifikation. Allein 250 Professoren und Professorinnen bringen ihr Wissen und ihre Erfahrung ein. Nirgendwo sonst in Europas Kliniken finden sich so viele kompetente Medizinerinnen und Wissenschaftler. Kein Krankenhaus hat so viele Patienten wie die Charité. Fast eine halbe Million Kranke werden im Jahr ambulant und stationär versorgt. Jeden Tag kommen an der Charité 20 Kinder zur Welt. Im Monat gibt es fast 7000 Operationen. Dabei wird das gesamte medizinische Spektrum abgedeckt. Von Volkskrankheiten wie Herzinfarkt und Diabetes bis zu seltenen Erkrankungen behandeln Ärzte und Professorinnen nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. An der Charité gibt es für alles einen Experten und kaum eine Krankheit, die nicht behandelt werden kann. Hinzu kommen soziale Angebote wie Obdachlosenversorgung und Kinderschutzambulanz. Weil jeder Mensch einzigartig ist, beraten Spezialisten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam über die für den Patienten beste Therapie. Zum Beispiel bei der Krebsbehandlung. Die Standorte Mitte, Benjamin Franklin und Virchow, haben je eine interdisziplinäre Tumorambulanz. Innovationen aus Therapie und Diagnostik kommen direkt ans Krankenbett. Dafür forschen an der Charité Mediziner und Wissenschaftlerinnen Hand in Hand. In über 1000 Forschungsprojekten verbinden Wissenschaftler innovative Grundlagenforschung mit klinischen Studien. Dabei kooperiert die Charité mit namhaften nationalen und internationalen Wissenschaftsorganisationen. Jährlich wirbt die Charité bis zu 130 Millionen Euro an externen Forschungsgeldern ein. Damit werden etwa 3000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Als einzige medizinische Fakultät verfügt die Charité zudem über zwei Cluster im Exzellenzwettbewerb. Mit innovativen Ideen haben die Hochschullehrer die Charité von jeher zu einer der begehrtesten Ausbildungsstätten weltweit gemacht. Derzeit sind rund 7000 Studierende immatrikuliert. Mehr als 600 von ihnen starten jedes Jahr gut ausgebildet ins Berufsleben. 1999 richtete die Charité Deutschlands ersten Reformstudiengang für Medizin ein. Er bietet einen besonders praxisnahen Unterricht. Ab dem Wintersemester 2010 werden alle Studienanfänger im neuen Modellstudiengang Medizin unterrichtet, in dem von Beginn an naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit der klinischen Praxis verknüpft werden. Die Charité ist in zahlreiche internationale Kooperationen eingebunden, die sich bis nach China, Japan, Australien und die USA erstrecken. Das Erasmus-Austauschprogramm ist das umfangreichste in Europa. Rund 1000 Gaststudenten aus der ganzen Welt sind an der Charité immatrikuliert. Die Hälfte aller Studenten, auch die, die einen Doktortitel erwerben, sind Frauen. Doch ihr Anteil verringert sich ab der Post-Doc-Phase, wenn neben Lehre, Forschung und Krankenversorgung für viele Wissenschaftlerinnen die Gründung einer Familie hinzukommt. Um den hochmotivierten Frauen Beruf und Karriere zu ermöglichen, hat die Charité eine Reihe von Förderprogrammen eingerichtet. Unter anderem gibt es das Habilitationsstipendium für Ärztinnen. Es trägt den Namen Rahel Hirsch, nach der ersten Professorin an der Charité. Als erstes Universitätsklinikum in Deutschland erhielt die Charité die Gütesiegel familiengerechtes Unternehmen und familiengerechte Hochschule. Denn an der Charité gibt es nicht nur einen Väterbeauftragten, sondern einen Kindergarten für den Nachwuchs der Mitarbeiter, mit flexibler Betreuung an Wochenenden und nachts. Die Charité ist stolz auf ihre Elite. Sie ist einer der wenigen Orte unserer Gesellschaft, an denen sich die Spitzenkräfte aus Forschung, Medizin und Wissenschaft auf die Nöte, Schmerzen, Lebensumstände und Bedürfnisse aller einlassen. Auch die der Armen und Hilflosen. Die Charité. Das ist das Herz einer sozialen Stadt. Fürsorglich, wissenschaftlich und unternehmerisch. Das ist die Mission der Charité. Universitätsmedizin Berlin. Universitätsmedizin BREAK Norden Untertitelung des ZDF, 2020